Hallo, ich grüße alle. Programme unter Linux zu installieren kann ein sehr mühsamer Weg sein. Konsolentool JUM, das eigentlich für die Subvention YellowDoc entwickelt wurde, greift den Benutzer unter die Arme, wenn es heißt RPM Pakete zu installieren, zu verwalten oder zu deinstallieren. JUM ist eine Abkürzung für YellowDoc Updater Modified. Pyroute, JUMex und KAYUM bei Fedora sind bekannte grafische Oberflächen, die das Tool JUM kleiden und so noch einen weiteren KICK Benutzerfreundlichkeit verpassen. Jetzt zur Anwendung. Ich starte ein Terminal, klicke auf Anwendung, wandere zum Menü Zubehör und klicke auf Terminal. Voraussetzung für Veränderungsanweisungen sind Administratorrechte. Ich tippe also ein, es ruhe Enter, verrate dem System mein Administrator Passwort. Enter. Erläuterung, welche Funktion JUM aufweist, kann man sich durchlesen nach der Eingabe. Man, Leerzeichen, JUM, Enter oder Info, Leerzeichen, JUM, Enter. Taste Q lässt die Hilfeseiten wieder verschwinden. Kommando, JUM, Leerzeichen, Minus, Minus, Help, Enter. Beschafft eine kurze Hilfe. Der erste Befehl leitet die Installation eines Paketes ein, insofern es in einer der bekannten Repositories Paketquellen verfügbar ist. Ich tippe ein, YUM, Leerzeichen, Install, Leerzeichen, dann kommt der Paketname, als Beispiel hier mal L-I-F-E-A-D-A, Abkürzung für Linux-Feedreader. Weitere Pakete können nach einem Leerzeichen angegeben werden. Sofort erkundigt sich JUM, ob das Paket vorhanden ist und in welchem Repository bestehen irgendwelche Abhängigkeiten. Das Paket wird heruntergeladen und alle Pakete, die notwendig sind, ebenfalls und werden installiert. Ja, ich möchte durch Option Minus Y werden alle Fragen automatisch mit Ja beantwortet. JUM, Leerzeichen, Group, Install, Leerzeichen, Gruppenname, Enter installiert gleich eine ganze Programmgruppe. Eine Liste, welche Gruppen es gibt und welche schon installiert sind, erstellt mir den Befehl JUM, Group, List, Enter. Kommando JUM, Leerzeichen, Check, Minus, Update, Enter informiert darüber, für welche Pakete neue Versionen bereitstehen. Anweisung JUM, Leerzeichen, Update, Leerzeichen, Paket, Name, Enter aktualisiert das Paket, sollte eine neue Version abrufbar sein. Befehl JUM, Befehl JUM, Leerzeichen, Update, Enter aktualisiert alle Pakete auf dem System. Ausgeklammert wird ein Paket durch Option Minus Minus Exclude gleich Paketname, Enter. Infohinweise können durch Kommando JUM, Leerzeichen, Info, Leerzeichen, Paketname, Enter gelesen werden. Die Suche nach einem bestimmten Wort in den Paketen wird durch Anweisung JUM, Leerzeichen, Search, Leerzeichen, Suchwort, Enter veranlasst. Zum Beispiel hier mal Feed Reader. JUM, Leerzeichen, List. Enter, Listet alle vorrätigen Pakete auf. Ein Paket vorerst wieder aus dem System zu verbannen. Verursacht Befehl JUM, Leerzeichen, Remove, Leerzeichen, Paketname, Enter. Zum Beispiel hier mal wieder den Linux Feed Reader. Enter. Ja, ich möchte. Und gelöscht ist das Programm. Übrigens für Programmgruppen gibt es auch JUM, Leerzeichen, Group, Update, Leerzeichen, Gruppenname. Zum Aktualisieren und JUM, Group, Remove, Leerzeichen, Gruppenname zum Löschen. Exit, Enter entfernt die Admin Rechte wieder. Gut, dann viel Spaß beim Anwenden. Tschau. Gut, dann viel Spaß beim Anwenden. Bis zum nächsten Mal. Tschau. 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 Vielen Dank.